Hallo und herzlich willkommen! Vielen Dank! Ja, doch! Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgeld zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstoffen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Hahaha. Wie liebensgewürzig. Ja, danke für's Loppy. Hahaha. Ja, ich bin auch bei euch am Zuschauen. Und nochmal herzlich willkommen hier zu Portal 2, zurück zu einer neuen Folge. Lass mich doch einfach nur raus. Aber noch nicht möglich. Ich bin auch viss. Ich habe mich doch nicht gehört. Dann weiß ich das island. Wir sehen uns. Gamma ist zu Glück weg. Scheiße. Ja, schön. Wir gehen tief nach unten. Und wo zum Gehörm ist die Schuhe sein? Zu Gamma. Das war ja schon irgendwie klar. Oh, Leute. Ah, da, da. Caroline, Caroline, wer ist? Kenne ich die Frau? Habe ich sie getötet? Oder? Oh, Gott. Weißt du? Ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Du hast hier ein Zeitdienst gemacht. Also, warum solltest du jetzt damit anfangen? Ich muss nachdenken. Nein. Nein. Ne, nein. Nein. und los, 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 los. Gut, das ist schonmal nicht die Lösung. Ach, hier, mini, mini, mini. Sprinten kann ich nicht? Oder? Kann ich Sprinten? Ist das Sprinten? Nee. Äh... Also Sprinten kann ich schonmal nicht, okay. Verdammter Mist. Jetzt geht das wieder gut los, die neue Folge. Typ! Nee, 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 nee. Ich musste ja unbedingt alles in einmal drücken. Ah! Hehe. Aha. Aber was muss ich machen? Wo muss es vor allem hin? Ich weiß, wo ich muss. Und dann meine ich in der Regel auch. Ähm, auf was muss? Was muss ich machen? Nee, das ist in der Regel auch noch der Also, mal am los. Wann ist das? Nee, nein, nein, nein. Nicht nur diesmal. Ich weiß, was muss ich machen? Was muss ich machen, was muss ich machen, was muss ich machen. Ja, aber wohin? Ach so. Okay, weiter. Und jetzt hier drauf springen. Ah. Okay, und los. Puh. Ach Vogel, töte das Misty. Wer ist der? Gut, für ihn also weiter denken. Wenn ich denn wüsste, wo ich hier überhaupt hin muss. Zu grob zumindest wäre schön. Von da kommen wir. Hier sind wir. Ach, hier runter muss ich oder was? Ähm, kann ich gelang laufen? Das geht nicht. Geht's da lang? Boah. Nicht wirklich. Kommen wir nicht von hier. Ja, ein Ligen. Da hoch, wir sind gerade frei. Da muss man irgendwie hinkommen. Das ist dieses mal kein Schleim. Autsch, Autsch, Autsch. Ooooooh, Schwein gehabt. Nein! Ich sag's noch. Mist. Ich sag's noch. Ach, Schwein gehabt. Toll. Toll. Aber wirklich. Erstens wäre die Frage an sich schön. A, wo muss ich hin? Wäääh, weiter. So, hier. Ach, Vogel, töte das Misty. Registieren. Gut, für ihn. Also weiter denken. Das heißt für mich aber auch. Mist. Wisst ihr was ich vorher hatte? Nein, gell? Ich auch nicht. Hm. Aber ich könnt das rote Zeug eh nicht mehr auf große Sprüche. Oder? Ne Gott, bei eh nicht mehr Das ist egal Und runter Und los Ja, ja Hm, da muss man irgendwie hin Gehen muss man da hin Scheiß Glas im Weg Wo müssen wir hin Keine Ahnung Von da kommen wir Da hoch müssen wir irgendwie Schätze ich mal Warte mal Kann ich hier irgendwie irgendwo runterspringen Und ein Portal machen Würde das irgendwie gehen Ich sehe erst mal keine Chance Dass wir irgendwie Geschwindigkeit Aufnehmen könnten Und dann Dann müsste man auch zurückfallen Warte mal Warte mal Die kriege aber auch Okay Doch da kann ich schießen Scheiße Nicht geklappt So Drei Und Los Boah Jawohl Es hat funktioniert Ha Es hat funktioniert Ja Rauch weniger Seit die Teilnahme an Tests Für alle Mitarbeiter Zur Pflicht wurde Hat sich die Qualität Der Testobjekte Dramatisch verbessert Die Mitarbeiterbindung Hingegen nicht Daher werden wir In Zukunft Für menschliche Testobjekte Keine Verwendung mehr finden Vorher stehen aber noch Einige Dinge aus Die Fennigfuchser meinten Wir könnten uns das Mondgestein Nicht mal leisten Wenn es 7 Dollar kosten würde Geschweige denn 70 Millionen Haben es trotzdem gekauft Haben es gemahlen Und zu Gel vermischt Und weißt du was Gemahne Mondsteine Sind pures Gift Ich bin todkrank Aber sie sind tolle Portalleiter Wir testen gerade Ob sich durch die Verwendung Dieser neuen Portale Das Mondgift Aus der Blutbahn Entfernen lässt Wenn das Leben dir Zitronen gibt Mach Limonade draus Denken wir positiv Und forschen weiter Tja Ich wäre dir dankbar Wenn du diese Tests So schnell wie möglich Durchführen könntest So was kommt von so was Die Mitarbeiter Bin aber allerdings nicht Naja auch schön Wo sind wir jetzt schon wieder gelandet Erstens wo sind wir Zweitens wo ist Und wir müssen hier hin Hmm Hmm Was war denn das für Gehrein? Ach, Leute, 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 ich sehe aber auch wiederum nichts. Ich mach annähernd was, wo wir uns irgendwie hinschießen können. Achso, ja, genau, das ist völlig total. Trotzdem brauchen wir einen Gegenpunkt dafür. Trotzdem brauchen wir Gegenpol. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich kann jetzt leicht nicht runterspringen sein. Aber auch hier muss es ja zu sehen sein, sage ich mal. Aber es wäre ja schon mal schön zu wissen. Allgemein wo ich hin muss. Irgendwo muss es doch bleiben. Alter. Ähm. Ja. Passou! Ähm... Ähm... Ja... Ähm... Also... Das... Und... Hier... Da schießt's wieder da rein... Okay... Das ist clever... Zur Frage ist nun... Müssen wir da wirklich noch hin? Ah ja... Das heißt brauchen wir die Geschwindigkeit... Hm... Das war... Das war so... Das war... Glückwunsch! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020